youtube kommt zurück zu einer weiteren folge resident evil ich brauche dringend munition und irgendeinen verband für meine hand denn der typ hat mir die finger abbissen und stück einfach weg rissen ich habe galien munition wäre natürlich auch über drüber ein bisschen kräuter auch nicht verkehrt erstmal gucken was kann ich was könnte ich denn herstellen hier also ich habe hier wie kann ich denn kräutern könnte ich sowas hier herstellen für den trainer video ok passt foto ja geil und hier wieder weg so als da unten war noch einer ich habe nur noch fünf schuss es wird nix ja ich drücke doch was ist denn los das wird nicht ziehen ach du heilige aber wo ist denn das loch wo mich rein gezogen hat das müsste doch hier sein weil ich stand hier als ich mit dem boy geredet und das loch da oben ja hier und wo ist es ist weg fehler ersten fehler entdeckt hier ok ja gut aber jetzt kriege ich es auf soll ich jetzt auch rein gehen so jetzt habe ich mich aber mit dem einschloss nur damit man es wissen ist ja ja ist ja nicht nichts passiert auch munition fünf schuss ja besser als gar nichts ja sehr ehrlich oh wo auch immer mal hallo sagen wo auch ich bin die munition Scheiße, darum kriege ich so viel Munition, weil die jetzt kommen Hat er gerade den Typen da auf mich gedenksend? So mit Zahn Oh, zum Glück habe ich da Zug gemacht Du hättest mal deine Schnauze, Brudi, oder? Wow, habe ich es ab Fuck, fuck Ja Okay, ich glaube, ich bin gearscht Oh, der ist schon drin Ich muss nachladen, das ist ja gar nicht geil Ich werde so draufgehen, ich werde so draufgehen Boah, gut, den haben wir erledigt Easy, easy, easy So easy war das aber gar nicht Scheiße Ich muss hier oben hin irgendwie Ich muss das irgendwie Ich muss hier irgendwie raus Vorbei Hat er gleich mal sowas rein Du bist gleich tot Benutzen Boah, schau dir die Hand an Hallo Wenn noch irgendjemand überlebt hat Komm zu mir Zu Luisas Haus Oben beim Acker Überlebt? Luisas Haus Acker Ja, ich gehe da jetzt schon nicht einfach so raus, oder? Muss ich hier raus? Aber zum Glück habe ich da Zug gemacht Dann hätte ich es nicht gemacht Boah, bis der war dann hätte ich aber so richtig Eins auf Schnuterl gekriegt Oh, ich höre den doch schon knurren Ich habe nur noch sieben Schuss Da ist er Wird das shield Fuck Was machen wir? Da oben Da Hey Bruder, ich muss unbedingt Das hier öffnen Okay Ich habe nur Grad Nur Grad Die verpissen sich Mach's jetzt keinen Scheiß Das ist keine Tür Ich dritte an der Wand Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Aha Aha Könnt ihr die Schotte, Bruder? Jetzt geht's ab Da ist noch was Liebe Munition Zwei Schuss Das wird kritisch Das wird kritisch Da ist noch Mehl drin Kann ich hier runter Jumping einfach Juckt nicht Da liegt was Fuck Schmeckt's? Schmeckt's? Was habe ich jetzt gedrückt? Was habe ich denn jetzt gedrückt? Wow Ich wollte C drücken, um zu ducken Wo ist er? Wow Bruder Hau ab Oh, das war's Und schnell weg Ich weiß gar nicht, wo lang Hier komme ich nicht rein Es nimmt kein Ende Da ist noch was Ich muss hier kurz suchen Ja, besser macht die Tür zu Besser ist es WTF Bist du tot? Ja, geil Er ist tot Oh, drin ist er Oh Nein, ich dachte Ich komme hier hoch Aua Ich hätte hier zumachen müssen Voll honkig Gut, ich muss hier rauslocken No, no Nein Ah, fuck you Aua Ah, die werfen mit Brennenden Kackdingern auf mich Die sind sogar bewaffnet Ich muss nachladen Was du ihn tust Au Jetzt dabei bin ich gleich tot Da war noch was Da wollte ich doch So Jetzt habe ich sie raus gelockt Jetzt ganz easy Easy Pin easy peasy Bradwick crazy Crazy Miss crazy Mach zu Bruder Ich Mach doch Wow Alles in bester Ordnung hier Nein Jetzt haben die das noch aufkriegt Scheiße Ich bin tot Ich bin tot So was Wunder Toder Ist tot Geh hier einfach wieder rein Na der kommt ja auch rein Hä Was denn jetzt Gut Den habe ich gekillt Was denn mit dem Mace habe ich ihn erledigt Fuck Fuck Okay Kritisch Kritisch Ich bin gleich tot Ich bin so tot Hey das gehört doch so oder Das gehört so Aber alles richtig gemacht Okay Vielleicht auch nicht so Hallo Hallo Zato Pä Ich hätte das Gott Hier im Falle Die Penine Super Das hat so laufen müssen Ich hätte einfach nur Damage kriegen müssen So ist Ach meine halbe da Fahne doch was an Was da alles fehlt Hauptsache dem Ring habe ich noch dran Man nennt mich Drei Finger Willi Wow Bewerfnet Mit Messer So Warte mal ganz kurz gucken Ob ich da irgendwas liegen lassen habe Da drin Irgendwo Ich brauche wieder Munition Ich habe für nichts Munition Aber Moment Ich kann doch herstellen Ich muss auch herstellen Das muss ich herstellen Kriege ich nicht mehr hin Na geht leider nicht Der mit Okay Passt aber Wir haben Heilung Ich halte mich jetzt aber noch nicht Ich will noch kurz gucken Aber ich glaube ich habe hier nichts vergessen Ich habe hier aber gar keine Chance gehabt Das ist die geringste hier Na gut dann muss ich wohl eh zu hier Da könnte ich noch reingucken Ob ich Schießpulver finde Es ist voll mit Schießpulver Habe ich jetzt Schießpulver auch bekommen Im Leben wie im Tod Reisen wir Hallo Es ist gefährlich Hier draußen Was zum Hey Hören Sie mich Sie sind es Der Vater des Kindes Kind? Moment Meinen Sie Rose? Ist sie hier? Rose Rose Ja Sie ist in großer Gefahr Seit Mutter Miranda sie ins Dorf brachte Macht Finsternis sich breit Was meinen Sie? Die Monster? Die Glocke verkündet Gefahr Sie kommen Nein Halt Wo ist Rose? Wer ist Mutter Miranda? Das Läuten ist unser Zeichen Sie kommen zurück Rose ist hier? Die geht auch ein bisschen ab Die geht auch ein bisschen ab Die ist ein bisschen crazy So Mal gucken Ich brauche unbedingt Das hier Ja So ein Werwolf Darf mich nur noch einmal antitschen Oder so Und dann war es das glaube ich mit mir Na gut Aber das kennen wir ja aus der Demo Also ich kenne es aus der Demo Ich weiß nicht Rose 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 Zero War für Karte Yeah 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 Ja gut Aber ich brauche keine Karte Ich habe das noch im Kopf Oh Schießpulver Geilo Kann ich jetzt Munition herstellen? Das wäre natürlich übertrieben sexuell Geilo Das auch gleich Jetzt war es das oder? Jetzt habe ich nichts mehr Okay Ey wenigstens 15 Schuss Das hilft Enorm Hallo Nimm die Knarre Wart mal Aber jetzt habe ich doch schon die Schotte In der Demo hast du auch die Schotte gefunden Hier Genau Das brauche ich Was hier Ja ich komme hier aus Oh hier können wir speichern Ja geil Tack 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 Save the game Brody Hier komme ich nicht rein Leute Bei der Demo war es halt so Ich weiß nicht ob es jetzt geht Immer noch nicht Untersuchen Ich habe nichts Mit dem ich das öffnen kann So hier habe ich ja die Schottik gefunden Aber was Hallo Super Schon wieder da Hier war Munition drin Wenn ich mich nicht partout Ja geilo Nimm sie Ja Was ist los So habe ich jetzt schon sehen Ich mache euch fertig Alter Da kommt's Ich sollte mich vielleicht doch heilen Kritische Situation gerade eben hier Oder sollte ich mir die vielleicht aufheben Wo bist du Ich sehe dich nicht Hör dich nur Oh Bruder Kommt Da hinten ist er Aber das ist eine Verschwendung Oder Das ist doch eine Verschwendung Hier kann ich nicht weiter Uh Zwei Schuss Kann ich schon wieder was herstellen Ah geil Geil Da ist er Ich habe nicht traufen Dann Die Sie Die Die Sie Sie S Sie 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 da ist noch einer oder ich höre dich doch höre ich doch wo ist der alter da hat man voll mitgeben der typ ist voll brutal keine ahnung ob ich den jetzt da gelegt habe oder nicht was machst du hier stehen bleiben ich bin froh normale menschen zu treffen sind hier noch andere überlebende nein sie sind alle bei luisa aber sie antwortet nicht und das tor ist verschlossen sei still er ist keiner von uns so als allererstes brauche ich einmal deine machete dahin muss ich ja genau das ding muss man hier kaputt machen easy passt wieder ein bisschen schotty munition dann holen wir die schotty raus und laden die nach geilo also ich brauche mit der schotty glaube ich zwei schuss für ein werwolf so ist doch warte mal nach die knarre hier schauen ob ich was herstellen kann munition eventuell na geht nicht schießpulver fehlt da fehlt hier mich alle ok losfahrt jetzt sind alle hier ich weiß ja wo ich hin muss heftig mache ich wieder den selben fehler wie die demo die ich zog hab ich brauche noch einmal schießpulver dann hin haben wir es open imikalia geilo ich glaube das kriege ich nur mit dem schramm zieh auf oder so war es doch ja kommt alles gut wurde aber auch zeit ich habe so schnell gemacht wie ich konnte ich habe ich glaube das halte ich da auf ganz herrlich nicht gewöhnt sich helfen zu lassen tut mir leid hier sind wir sicher oder sicherer als da draußen auf jeden fall hey kannst du mir vielleicht sagen was hier los ist all das ergibt keinen sinn mutter miranda hat uns immer beschützt aber jemand antwortet los vater helft mir wir müssen ins haus party gleich sind wir in sicher hallo das ist zu gefährlich mein vater stirbt hier draußen ist nicht mein problem ist hier los die wollen dass wir einen sterbenden in unser haus lassen hör schon auf die sind unsere freunde na los rein mit euch kommt hier lang du bist nicht aus dem dorf nein ich bin ich julian macht dich nützlich und gehe dich umsehen abgang julian besser ist es tja wenn elena dir vertraut dann tue ich es auch komm rein ethan warte hier ich sehe nach den anderen gut machen wir das wir hier speichern schnell okay ist das okay darf ich hier speichern dein haus dankeschön dafür so ja gut das kennen wir schon dann blätter ich hier durch und dann kommt die frau so ist es nämlich hier lang ich habe irgendein problem mit der mit der auflösung ich weiß nicht musst du dich dann noch irgendwas einstellen komm rein die anderen warten wer zum teufel ist das ein fremder du bringst uns doch alle um anton bitte er hat den beiden geholfen wir hätten es auch ohne ihn geschafft komm ethan setz dich sind das alle überlebenden aus dem ganzen dorf alle überlebenden alle überlebenden niemand hat überlebt ein nutzloser krüppel ein dummes heulendes weib und du du schleifst einfach so einen verwundeten und einen fremden hier rein und glaubst es wäre sicher von wegen sicher jeder einzelne da draußen wurde in stücke gerissen und morgen morgen sind wir alle hier tot genau wie ihr blöder ehemann stopft dir das maul roxana das haus dieses haus gab meiner familie generationenlang schutz betrunken oder nicht ihr seid alle willkommen und sicher hier ja klar sagt mir bitte jemand mal was hier eigentlich los ist wir wissen es nicht wir waren eine friedliche fromme gemeinde und dann kamen plötzlich monster und griffen uns an und sie sie kamen wieder warte luisa und wo ist eigentlich dein mann ist er nein nein er ist draußen irgendwo er geht hilfe holen ja ja das das macht er er geht hilfe holen beten wir für ihn für uns alle ja kommt kommt her o allmächtige hören unsere stimme vereint in demut vor euch wir erzupfen euch aus den unbemischen tiefen uns dem schicksal zu übergeben im angesicht des mondes in dunkler nacht erbringen wir unser opfer in erwartung des erlösenden lichts eben wie im tod preisen wir euch mutter miranda ach das war schön das war echt schön ja oh ja ein guter grüner tee wärs jetzt jetzt voll dankeschön hab ich schon mal gehört von deiner alten frau beim friedhof du meinst die hexe das weib ist verrückt und ich hoffe sie gab ihr schutz wie sie uns beschützt wie sie uns beschützt nein 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 er wird uns töten wir müssen weg wir müssen weg die sie jetzt haben gewollt wie sie haben ist wir sehen qualitative es tut mir leid vater hey hey das war nicht mehr dein vater es war das richtige elena elena nicht du kannst nichts tun das ganze gebäude bricht zusammen du hättest nichts tun kann er war bereits tot dass mich in frieden nein ich bringe uns hier raus uns beide so judo wir müssen hier raus aber das war in der nächsten folge ich bedanke mich recht herzlich wirst du sein ich hoffe ich konnte ich unterhalten und das spiel ist geil oder gibt es nichts da ist nichts drin da gibt es nichts gut dann ist das nächste mal macht das gut hau da rein und immer brauche es an chausen